hey leute was gedacht meine freunde und herzlich willkommen ich hoffe euch geht's gut mir geht's auch sehr sehr gut ab freitag habe ich endlich ein sehr starkes internet noch stärker das was ich damals hatte bei meiner wohnung und es war auch schon heftig also heute will ich euch was zeigen ich will gucken was funktioniert wenn es nicht funktioniert mach mal plan b und zwar gehen aufs internet auf die militärseite und zwar will ich heute die adventure märchen und speichern wenn man das nicht klappt nämlich einfach ein flugzeug der helikopter und probiert einfach mal so ja wenn bescheid wisst mich wird es natürlich unsere seien mehr freuen lassen leichter abonniert den kanal viel vielen dank für den support wird mich natürlich heute mal sehr sehr freuen über 100 likes will finden support also für den klitsch ist natürlich wir paar sachen zu beachten als erstens xbox spieler er braucht drei freunde einer herumgammelt und der dritte spieler job das ist sehr wichtig ps4 und fünfer wir brauchen nur zwei und ein bord mehr nicht also der freund braucht ein auto sonst klappt das nicht und wir wenn man die adventure richtig cool machen möchten eine geile lackierung klatschen noch was drauf noch viel gefällt das nach rechts alle geheime lackierung in die video beschreibung verlinkt so wenn wir auf die nummer 9 ich nehme jetzt mal hier die ja wenn man was 27 perfekt also der kollege soll es bräuchte zum controller der kollege steigt ein drückt dann touchpad das erste von oben sprint ja das macht der kollege von euch jetzt also ihr der dach als touchpad das erste von oben und auswählen wir bekommen eine mitteilung perfekt annehmen wichtig ist unten rechts ist eine uhrzeit bei 0 2 klickt der auf komplett durch auf x auch aufpassen durch sie macht euch ready und jetzt ich klicke ganze zeit durch bis er alleine auf die rennstrecke ist ich lege den controller wieder weg schwarzer bildschirm ps taste home button also xbox spieler der dritte spieler von euch geht jetzt im job rein egal welchen job oder sagt euch dann bescheid ps4 und fünfer ihr sucht jetzt einen namen raus der hier oben für die ps4 leute hier für die ps5 leute ja wie gesagt da müsst ihr mal ein bisschen rum gucken einfach mal und geht einfach auf das profil drauf jetzt hier zum beispiel einfach drauf gehen xbox spieler als einfach beitreten euch ein freund wenn es bei euch kommt xbox spieler sagt euch ein freund bescheid er soll rausgehen und dann klickt ihr erst auf komplett durch bisschen 5 xx touchpad selbstmord tut jetzt pause cut für größer oben links sind zwei markierungen was sehr wichtig ist was ich glaube ich vergessen habe zu erwähnen von touchpad davor bitte alles markierung alles anmachen ja das ist sehr sehr wichtig ich denke jeder von euch weiß das eigentlich schon deswegen habe ich glaube ich heute mal nicht gezeigt so wie gesagt oben links einfach beitreten job wieder verlassen touchpad touchpad zio fahrzeug holt euch gleich den kampfhelikopter zuerst tut man wieder touchpad und holt uns jetzt den event also wie gesagt ich probiere es jetzt mit der menschen wenn es nicht funktioniert machen card wenn man helikopter und flutzeug eins von beiden also touchpad zio fahrzeug und holt euch jetzt den kampfhelikopter gerade eben habe ich probiert bin adventure funktioniert nicht ich weiß es gibt eine methode die laden sich die nächsten paar tagen auf jeden fall noch hoch für euch und zwar tut jetzt einfach touchpad geht auf fahrzeuge und luftfahrzeuge ja ich habe mit helikopter probiert kurz davor explodierte wegen dem propeller bei den großen flutzeug es ist bestimmt machbar aber das schwerste ist einfach das flutzeug zu land deswegen probiert wenn ihr schafft hier oben ich habe es zweimal super geschafft aber kurz davor immer ist er explodiert deswegen uns touchpad und holt uns heute mal einfach gleich das hier steigen ein und macht uns selbst mord voller super funktionieren ok hab durch ein flutzeug helikopter etwas ähnliches geschnappt wie gesagt meint ihr euch kommt hier oben hin ich habe da die beste möglichkeit großen flugzeug würde ich euch empfehlen hier oben da habt ihr etwas mehr möglichkeit so der kollege ist auch am start wir sind jetzt touchpad co zurücktreten touchpad motorrad club touchpad mc president club nach unten starten darauf achten dass ich kaputt fliegt oder sowas und einfach nur mit dieser drin hat zu ignorieren und gespeichert viele haben in den kommentaren geschrieben man soll am besten das fahrzeug jetzt hoch jagen sonst kann man das fahrzeug nicht mehr verändern deswegen mache ich das mal natürlich also touchpad fahrzeuge ich muss das ganz machen die polizisten sind weg und voila leute hier ist das schöne stück mit anderen fällen jetzt aber ist auch im prinzip auch egal ja so könnt ihr ganz ganz einfach fahrzeuge speichern ich wünsche euch natürlich viel viel spaß den drei leute abonniert den kanal lassen leicht ich will so heftige likes und heute sehen viel spaß und denkt rein schreibt sie jetzt noch hashtag hd rein da war es ganz genau du hast das video bisschen angeschaut ich wünsche euch was haut rein bis dann tschau